hey und willkommen zur nächsten folge von rocket leagüe und zwar mit einem kranken flo hallo und ich treffe mal nicht ja der floh ist ein bisschen krank aber strapazieren trotzdem heute abend wird es auch den stream geben wer noch nicht gesehen hat ich hoffe man kann ihn nachträglich nur angucken außer es wird über f1 ist so lächerlich nur bei f1 gibt es irgendeine szene die wird immer gesperrt die in den videos habe ich die immer rausschneiden müssen super und im stream kann ich die ja nicht rausschneiden und dann wird das stream halt ja der geht bei denen da habe ich dass mich alle wegklicken nein alter ich hätte ich umgebracht wenn ich ein bisschen schneller wäre oder wenn ich dich nicht weggekickt hätte oder den expert der leute seht ihr das ist on point wie er wird diesen diesen wolf banner habe ich jetzt und ich habe das werden die leute vom stream schon gesehen haben die turbinen als reifen ich habe nämlich gerade eine kiste geöffnet hier kann man es hier sehen das sind die turbinen als reifen das ziemlich sexy ja also nicht wunder wir nehmen das video hier vor dem stream auf falls sich im stream noch irgendwas besser als anders cooles gezogen habe es kommt dann erst eine nächste folge zum vorschein ach ja ich mag die map eigentlich gar nicht ich mag die 0,0 die dem map ist gleich nein die dies viel größer ohne scheiß wenn du es im vergleich zu den anderen ist die viel breiter die sind schon komplett das was das was das was das weg nein oder doch ich habe ja gesagt das weil er es wusste dass er es ist doch ja wir haben ja wir haben gerade nämlich vor der aufnahme war noch ein anderes video das gewendet hat hier kann man jetzt mal die reifen sehen haben wir ein paar runden testrunden gespielt und da war ich nicht so toll aber es waren ja nur ein spielrunden ok nächste runde let's go so nächste runde noch mehr spaß ich habe genau auf dich geguckt in dem schon bis es mal nicht eigentlich weiß ich nicht die warten darauf ja wo bist du denn ich hab nie drüber geholt du hast die im endeffekt nichts gebracht das ding war du stand seit vor mir du warst vor mir bis dann auf einmal weggefahren da musste ich komplett ab gehen aber das hat dann nicht mehr geschafft von was der schon wieder für ein auto hatte sexy 100% gekauft ausleid er ist es war ein profi der ist es muss auch mit reinschneiden da wie ich die jetzt mit ausleiter was ich bin ich kann ja die mir war schon klar dass du den machen können ist ich dachte so viele ruhm ich bin ich dir nicht scheiße ja so viel rum ist mir nicht für den 1 0 hinten Lukaku 2 0 und bis zu werden ja ach du kacke was ich sehe ich ja also die stunden ja auf dich stehen weil ich hab da gerade auch nicht gut zu gespielt in der Situation aber wo war es zu ich war da und dort und nicht wo kein Nito war egal die Welt die Welt einfach weg geht es er war nur den Ball getroffen aber den Gegner das wirst du schon im Video sehen ich hab das auch wieder auf Kamera aller auf Kamera Nein Flo Nein Flo Nein Flo Geh weg ich wollte dich noch wegkicken Alter ich war noch an dir dran dass ich dich wegkick guck mal zurück hier Mann warum schaffe ich das nie Aua Mann ey ich kaum nehmen wir auf bin ich nicht mehr am Beutel Oh mein Gott was war das für ein geiles Tor Alter Guck dir das so an also es war nicht einfach zu machen das sieht einfacher aus als es ist weil ich muss hoch gehen und im im Flug nochmal einen Doppelsprung machen das war nicht einfach nicht echt ach die Verlässe ey 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 er schiebt mich er schiebt mich ey er schiebt mich durch die halbe Map nein ich habe ihn verfehlt ich habe ihn verfehlt oh mein Gott oh mein Gott darauf zu lachen dann machen was er lacht einmal ja weißt du ne ich höre einfach ich höre einfach ich habe ich hier nur so erschiebt mich erschiebt mich mach doch was man ich kann ich habe ihn sogar noch getroffen aber es bringt einfach nichts Junge er hat mich durch die halbe Map geschoben das hast du dir angucken müssen er lacht einfach die ganze Zeit es sind zwei Profis und wir verlieren ja ne 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 du verarsch mich gar alles guck mal ich hätte ihn gekriegt und ne ich schneide es jetzt nochmal rein so aus dieser schmakulastischen Runde habe ich jetzt nur die besten Szenen zusammengeschnitten da die Runde vorher eh ziemlich kurz war und jetzt machen wir einfach noch ne Runde so dritte Runde noch mehr Spaß ähm ja also ich hoff das war ganz cool grad der ist Profi Semiprofi haha ne machen wir so fertig ne der playt mich jetzt eh aus ok doch nicht wird die Vorlage des Jahrtausends Junge das das fisch da fang nicht wieder so an mein Feind hey was denn ich wollte noch abwehren ja abwehren weg du Otto so macht man das Mann hat nein ich mach dich unnötig schlecht du bist eigentlich ganz gut he 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 ähm alle diese Ironie ich riech sie förmlich ich riech sie Jetzt haben wir wieder Zeit für so ein Geiles Tor Wie in der ersten Folge Nein, du hast es mir gesteilt Ach, ich, oder? Ja Ich habe als erstes schon gerufen Hast du noch nicht gehört Ja Komm Vorlage Du bist auch da, cool Oh, nee Boah, das war gut von dir Ich habe ihn erst fast rein, ne? Das sieht man jetzt nochmal Nein, der arbeitet für den Mike Nee, nee, das sieht man gar nicht Ach, Malu Sehe ich gar nicht Vorlage Na, er war da Ich habe ihn gar nicht gesehen Bis zur Schreie Lol, ich habe ihn echt nicht gesehen Eigentlich hätte ich ihn sehen müssen Aber Wie der einfach reingehnt Ich habe ihn noch getotet, aber Ach, der Fette, ne? Der Fette, ne? Sei doch nicht so Gegen Fette Autos Gehen nur von Autos Einwandfrei Nee, oder? Alter, irgendwer hat mich weggekickt Ich war es Ich glaube, es war es echt du mit deiner Kraft Ich Deiner allheiligen Kraft Ich habe eine Parade bekommen Oh, oh Nee, geht der Du Du Alter Alter Alter, wenn der rein wird, das wäre aber voll das epische Tor Ja, was willst du denn mit epischen Tor? Ich will gewinnen Seel, der Seel Das wäre voll das epische Tor, ey Ohne Krack jetzt Das war ja mal Es sah krass aus, aber Es war ja mal Ich habe keine Ahnung, wie ich das war Ich habe keine Ahnung, wie ich das war Das war ich auch nicht Tschüss Den ersten hätte ich halt machen können Das wäre so ein episches Flight-Tor, aber ich hatte keine Ahnung Das ist so hoch Das gebe ich offen und ehrlich zu Ich auch Okay, 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 okay Das sieht gerade nicht so viel, ne? Ja, jetzt aber Echt? Okay, warte, warte Ach, der kickt den weg, der Auto Hast nur falsch gesehen, eigentlich hättest du den machen müssen Ja Ich hatte kein Turbo Zu fix Kratzifix, lo mo dai Ach, kacke Kacke, kacke, ey, Junge Geht er? Ich weiß es nicht Ah, da hast du ihn aufgeleidt Da geht, lol Ha! Eiz Habe ich nicht aufgelegt, ich weiß es gar nicht Ja, natürlich, guck mal, wie du drüber gelupft hast, gehör Tatsächlich, lol Ich bin so crazy, wie der andere ist auch verfehlt Ha! Ach, du eiliger Ich bin mega Ich bin sogar schlechter als die im Gegner-Team, ach du kacke Mach dir nichts aus, Flo Du warst, also ich muss echt zugeben, er war gar nicht Vor der Aufnahme Zehnmal besser einfach wie ich Kaum nehmen wir auf, bin ich einfach zehnmal besser wie er Das Traurigste ist, das stimmt sogar Er ist einfach aufgeregt, wenn wir aufnehmen und ich bin einfach gehypt, wenn wir aufnehmen Ich bin üblich, ich möchte euch ja was bieten Ach, komm, sag mich doch am Arsch Und bei dir verfehlen sie, oder was? Nein, sie haben nicht verfehlt, er wäre sogar reingegangen, hätten sie ihn nicht getroffen, aber sie haben ihn irgendwo irgendwie getroffen Irgendwo Irgendwo irgendwie, ja Kann sein, dass ich ihn wieder Outplay habe Kann sein, dass es Der mich gerade abfuckt Der dicke, ja? Der dicke Lol Den mach ich, ja Nein, der dicke Mach ihn weg, Achtung Ja, aha Fuck, hat fünfmal am Ball vorbei Ach der, ja, perfekt Perfekt Und jetzt trifft er ihn vor mir Ja, jetzt musst du aufpassen Ich hab keinen Turbo, Alter, ich fühl mich zur Lama Ich kipp dich, ich hab dich gekickt Nein, ich bin gestorben Oh, ey, warum wär den schon wieder ab? Ich hab dich sogar in den Ball gekickt Ja, das war voll gut, aber Kurva War voll lieb 2-1, ne knappe Geschichte, du, aber Wir haben gewonnen Ich würd sagen, ich hoffe, euch hat er gefallen Schaut auf jeden Fall bei dem Stream vorbei Und, ja, bis zum nächsten Mal Haut rein, bis dahin Und, ciao, ciao Tschüss 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 Vielen Dank.